Hallo und herzlich Willkommen zu einer Runde Let's Work, äh Work It, sorry. Ich spiel gerade mit Hi Ping. Oh, oh, hi. Und, äh, no, good job. Und, was soll ich gerade sagen? Bei der Ulti kostet 100 Mana. Das ist der Patch. Momentan. Hört man gar nicht, hört man gar nicht. Komischerweise höre ich das wirklich bei dir nicht. Sehr kurios. Nice. Oh, man ey. Jetzt geht's dann wieder einfach nicht. Wow. Hallo? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Wir sehen uns gleich. Willkommen zurück. Nach vier Anläufen hätte man nochmal einen Ping zu bekommen, habe ich immer noch einen High Ping. Ist doch geil. Okay. Beim letzten Disconnect bin ich einmal gestorben. Oh, hoffen wir mal, dass es jetzt langsam geht. Okay. Ich muss darauf achten, dass ich jetzt gerade nur mit meinen Autotext Schaden mache. Das ist natürlich das Problem, die können sich halt gegenseitig safen, ne? Ja. Ja. Aber Twitch hat kein Flash mehr. Das zwingt er auch nicht, oder? Ja, blitzig doch. Ist der nicht gerade auch hinterher geflasht? Ne, der wurde hinterher gezogen. Wow. Kannst du gar nicht mal warden gehen? Ich glaub keinen. Ah, bist du auf'm Weg. Ich brauche heute meine ersten Items, ansonsten ist... Adi, Echo... Scheiße. So wie bei Braum. Ja, wieso wie bei Braum? Ich brauche kaum ICMS Nee, bei Braum brauchst du, wenn du den auf Full AS brauchst, auch zuerst deine ICMS Ja, auf AS, ich spiele ja nicht auf AS Bin ja hier nicht im Jungle Ach, f*** deine Omi Oh Gott Okay Ach du Scheiße Ich hab den Ich hab den E-Spell gemisst Scheiße, boah, war das grad schlecht Ich wollte mich an die Trash ranziehen, um den nochmal wegzuhauen, aber ne Hat sich mein Spiel einfach gedacht, nö Heute nicht Nö, 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 heut nicht Du Penner nicht Dir gönn wir nichts Zwei Promote sind gerade hintereinander verloren, daher Dich, dir gönn wir jetzt gar nichts mehr Das ist alles viel zu negativ in diesem Spiel jetzt hier Das ist ein Hormel Das ist eines des Positives, dass der Asir hart verliert Asir hat die Topling gewinnt, gewinnt sie, Wyvern Achso, ich hab grad Du bist gestorben, hab ich grad gewonnen, hä Oh, mein Pink schlägt grad schon wieder an, deswegen hab ich grad schon wieder ein bisschen Ich bin Level 4, Alter Ist nicht ganz so geil Wo war denn der Twisted gerade? Es ist so ein ekelhafter Kombo, ne? Schade, er ist noch Autotech mehr getroffen, wär der Blitzcranker Stunt gewesen Oh, ich hab da halt Angst um mein eigenes Leben Was nicht so viel Wert ist als Support Da ist er! Ja komm, dived mich, wenn ihr Bock habt Aber Ulti, alles worth Oh, der Echo ist bis jetzt noch kein Stück, worth Loin! Oh, ich will dich vergraben! Na, schade Die wollen, dass die Wy auch nicht helft Hallo, come on Wie die Wy einfach dazugeguckt hat, wie du gestorben bist Ich hoffe mal, dass Adi Echo stark ist Und Blade kommt? Auch, ja Muss erst mal ins Blade kommen Das Positive ist, ich kann extrem gut mit meiner E-Fähigkeit romantieren Und ich krieg ein bisschen mehr AS, das heißt, ich kann meine passive noch ein bisschen stärker ausnutzen Oh, der Trash hat vier Kills, GG Da steht 4-1 Alter, macht der gut schaden Map Geh, nach Haus Dich zieh ich Oh, das gibt's doch nicht Den Blitzcoin würde ich jetzt im nächsten Patch in Wonder One ziehen Da mach ich mehr Schaden Warum machst du denn mehr Schaden? Wird braun gewafft aus Ja, die Q Keine Ahnung Die Q sollte auf Adi agieren Äh, auf Adi skalieren, das wär viel geiler Na, das Leben ist schon alles in Ordnung hier Boots Boots Der Twisted ist nicht gerade sehr gut Warum war das gerade nur so vor? Ach komm schon, das soll ich Das gibt's nicht Das, das ist nicht wahr Nein Why, please? War aus der scheiß Range raus Das Game läuft gerade nicht so bei uns Weil da der hier auch komischerweise ziemlich stark ist Ich mein, der hat nur ein 6-0, aber sonst alles okay Äh, okay 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 Ich hab nicht ein Autotag gerade gemacht Ja, also Adi Echo scheiße Bis jetzt Vielleicht in diesem Game, weil du nicht ins Game gekommen bist Äh, das ist wahrscheinlich Ich bin da wegen dem First Disconnect Wegen der Kack-Botlane Wo will wir denn hin? Lass ihn doch einfach Ich weiß bloß, dass der Dings hinter uns ist So, wer? Der Ars hier Ich hab gemisst Nichts trinkend Ich hab meine eh nicht raus Oh, scheiße, da kommt die 6-0, die Die wollen mich doch verarschen, ne? Was ist das jetzt? Können wir holen, warte Hinter dir Okay, das war gut Den Kerl können wir trotzdem nachher unten holen Okay, wenn du meinst Du musst nur kurz warten Du musst nur kurz warten Er ist weg, okay Ich hätte mich gleich geultet Naja, ich hab ja meine Wehrein gezogen Deswegen war ich ein bisschen Also, deswegen wäre ich jetzt nicht ganz so schnell gestorben Selbst hätten wir gefällt So, ich geh mal kurz einen BF holen Bin gespannt Ob das noch klappt Also, ich steh mal unter 4 zu 5 Den hier haben wir ganz schön schnell und easy weggekriegt, ne? Halt auch mit meiner Ulti Aber wir haben ihn wegbekommen Ich mach halt überhaupt keinen Schaden mit der Ulti, ne? 200 Schaden ist gar nichts Nach dem Patch spielt man dann nur noch A in die Echo Weil er alles so viel Mana kostet und einfach keinen Schaden mehr macht Ich spüre auch noch A in die Echo Nur weil das AP Scaling um eine 0,1 Stelle verringert worden ist Ist aber, kann aber schon ziemlich viel sein, du Darum hab ich nichts gesagt Was reingehen Alter, der Blitzcrank macht schon W-w-warte mal, was? Der hat Majors Loll Alter, die haben beide Stack-Items W-warte mal, was? W-warte mal, was? Jetzt hab ich gar nicht gewusst, warum du so schnell verreckt bist Obwohl ich ihn mir gar nicht so aus ist hab Alter, holy Der hat... Alter, der Blitzcrank, der hat mich grad easy gelegt Der hat mir grad den meisten Schaden gemacht Glaub ich Ja, den Trash konnte er ja auch nicht Das Flame Das ist Master Yi Denkt man sich davon Den Typen würde ich auch flame Tut Nein, noch nicht jetzt Nee, ich konnte auch nichts machen Gucken, ob die Vive vielleicht irgendwann mal helfen kommt Scheiße, viel Schaden, Alter Ja, knüppel den wieder Jetzt noch ne Q Ich bin der Babo von uns Du Bitch Der Topline Echo ist langweilig Der spielt AP Oh Gott Verbuff's easy Boah Bei dir läuft Ich weiß nicht Wollen wir jetzt mal langsam romen Ich glaub nicht, dass wir hier unten noch weitere Chancen haben Keine Ahnung Mir ist es egal Hör mal die Krabbe mit dir Das gibt's nicht Nein Das gibt's nicht Nur kurz Der Twister hat nicht mal die Kille bekommen, oder? Okay, also wenn man deine passive progt Und dazu mein Eheschlag kommt Dann ist es ziemlich stark Alter, macht die Fischern Naja, schade Mal versuchen Ja, ich fand's so grad scheiße, dass man eh nicht mehr rausgekommen ist Ich glaub, sonst hätte ich den getötet Oh, die Twisted Fate Karte Aber wenn ich nen Kill mach, dann mach ich gleich nen Double Kill, ne? Ist auch irgendwie random Qua, du stehst so gar nicht so schlecht Nö, das mein ich ja auch, aber Ah, der Twisted verliert Das Problem ist, ich brauche Farmen Ich wollte über wenig Farmen Wir haben halt keine Chance Gegen den Blitzcrank und den scheiß Thrash Ich würd' sagen, der Azir und der Echo kriegen Report Ja, Azir hat angefangen, weil Riven angefangen hat Riven hat angefangen, weil Thrash angefangen hat Ich verfolg das schon die ganze Zeit und find's lustig Und dann hat Azir und Master Yi verteidigt Und dann, ja, keine Ahnung I don't care Gib'n Fuck da rauf I give a fuck Oh, zwei Grabs zu nehmen Oh, Gott, warum hab ich denn hin auf Feuer? Oh, Gott, warum hab ich denn hin auf Feuer? Backhole, Bitch Achtung, der genommen auf AP Noch? Nach nem Patch nicht mehr? Ja, nach nem Patch gehen sie alle auf AD Picken Oh, da war ne Ulti von ihm Das gibt's nicht Mein Schild ist nicht rausgekommen Nein, wir gehen nicht auf Ah, schade Bäh Habt noch Mord planen könnt Habt bestimmt was gebracht Nö Nicht wirklich Und jetzt kommt er Und jetzt kommt er Und jetzt stimmt er Ach, diese TPS Alter Hast du's grad gesehen? So ein TPS Ja Natürlich wird das nicht gesehen Vielleicht hast du gerade mit Absicht aus dem Fenster geguckt Weil du die Ulti gesehen hast Ich mein, der ist geflasht Von Outer Attack Ja, Mann Ja, Mann Warum nicht? Ist okay Ist okay Sieht mir so lässig aus Ey, Mongo Oh Gott Nämlich die Explosion von dem Blitzcrank einfach immer noch mit den Tod gerissen hat Ja Ja Also Ja Also Alter Alter Der Schaden Und Thrasher Guck mal auf seine KDA Ja Ah, gut Ja Ich glaub ich muss noch ein bisschen tanky gehen So wie du einfach nicht zurückgefallen bist Ja, hab ich auch grad gesehen Loll Loll Alter Alter Dieser Schaden Ach, euch beide Fiste, ich Oh, Dutch Auf du War so gut, dass er fast mir ja schlecht war Also A, D, Echo Könnte funktionieren Aber nicht für zum Start Ich glaube auch, dass es auf ner Solo-Lane besser klappt Hm? Ich glaube, dass es auf ner Solo-Lane besser klappt Dann versuch's auf so ner Solo-Lane Mal gucken Guck mal im anderen Network Spiel grad zu kackes Schlecht, ne? Glaub's mal gar nicht Verzeihung sagen Schicht besser als ich Wär auch schlecht, wenn ich schlechter stehen würde als mein Sub Pfff 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 Oh Gott Alter, die kriegt euch alle Die kriegt von mir auf jeden Fall Report, alter Oh, ich fiss dich alle Mit dir fang ich an, Asir Ich mein, komm mal, der braucht die Ulti für dich Pfff 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 Ich spiele mit meinem Supporter immer gegen den Milchplaner und gewinne jeden Fall. Alter holy shit. FPS schwund. Nein, bitte jetzt nicht. Okay, jetzt gehts wieder. Wollen wir aufgeben? Warum? Keine Ahnung. Okay, nein. Hast du zu spät gesagt? Nein, man hat ziemlich Geld. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Oh, beim Turm zerstört. Easy. Trash hat einfach 20 Stacks. Ja man, der Blitz fängt doch auch gar nicht. Ja, das ist es ja. Er blitzt jetzt auch Ludens. Ne, da mische ich mich nicht ein. Ich bin auf dem Weg. Weißt du? Ich bin zwar OP, ne? Oh, die Lebensmühle. Die Klatsche. Gut. Warum haben wir den Baron hier? Oh. 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 Ähm. Wait. What? Den Mongo klatsch ich. Nicht. Die Trash hat mich gerade One-Hit gelegt. Ja. War schon mit jedem hier. Wie lange jetzt haben wir eh auf rot hat. Alter, der da ist! Was? Okay. Nächstes Let's Work. Adi Trash. Ohne Scheiß. Alter, das möchte ich jetzt auch gleich mal ausprobieren. Alter. Der hatte nicht mehr Zeit um sich back zu porten. So schnell war der tot. Haha.. Oh, Oanshit. Alter, du. Oh, ich wollt grad fragen warum ich mir Dings gekauft habe. ja ich habe gekauft habe dann ist mir eingefallen ich wollte gerade also der trash mann der trash hat auch einfach 24 kills digga ich glaube an dich der viel schaden das ist ein scheiß aber irgendwie jetzt nicht aber gebräinfarkt fürs leben ist echt so ich glaube dann kommt am donnerstag auch noch mal ein let them work it oh gott oh gott oh gott alle sind geil geht der tower weit zu mir gefestet das war onkel braun ja klar ich bin nicht mr bring jetzt mit onkel braun und ad ecco finde ich ganz ehrlich nicht so stark ab hier macht mehr fahren oder einfach mit der ulti one hitten kannst ich muss wohl ich kann kaufen ich habe keine ahnung deswegen kaufe ich mir zogen grads wenn sind die twit ja dieser blitzkrank alter scheiße ja war knapp war knapp muss man ja mal sagen war knapp nicht aber egal also ich finde ecco auf ad scheiße wiederholst du dich ganz schön oft ne weiß ja weiß gar nicht auch genug sagen kann auch ich ging trash easy ja auf jeden fall voll der ist voll wild alter der steht 25 26 weiß weiß ich klatschen hier wenn ich ein slay komme ja glaube ich dir nicht ach doch weil dann brauche ich mir tor mehr also trash macht dich ne ne stimmt ich mach trash guck mal wie easy das hier läuft ne ja 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 easy oh gott ich hab den abgezogen ja ich hätte ihn geklatscht wenn er sie nicht da gewesen wäre verwerte ich aber zwei wir gegen die wand gerückt hat da war es ja gerade das lustige als sie hat im stadt mehr schaden gemacht hat das ding ist also da sieht man ad geht das wollten wir nur in diesem video zeigen deswegen habe ich immer Bisschen gefeadert, aber nur so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, so. Mit 25 Kills. HATUN NOOB DURAS WIR TONE! Ja, und? Bevor du hast gesagt, dass mit dem Feed, habe ich so einfach ganz still auf den Kardial geguckt, habe überlegt, hat der Junge jetzt mehr tot als ich, oder nicht? BAM! Und dann kriege ich die Lantennen hier umsonst. Cool. Easy! Aber 1-1 gegen Mage kann ich schaffen. OMG, OMG, that feed. That twisted, that, ne, ne, mit den Leuten kann ich nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. Ich gehe auch nur aus Langeweile, obwohl ich weiß, dass ich mich nicht mehr lebe, also. YOLO! YOLO! Ist er f***t. Pff, mir doch egal. Hab' ich eh verloren. Guck mal, Trash macht gerade 1-1 gegen den Tower, ne? Hat er vorhin auch schon. Nächster, bitte. Ah, Eko ist tot. Easy. Alter, der Trash! Holy shit! Den Blitzkrieg kriege ich. Okay. Äh, der Blitzkrieg hat sich nicht exekutet, zugesagt. Nein, hier wird nicht aufgegeben. Das gewinnt wir. Ich klatsche gleich Trash. Immer noch. Wo wäre der Superman nämlich Gott? Alter. Easy, baby. Weißt du, ich kill den Spacken in Wall 1. Das ist halt einfach easy. Hm, können wir da was machen, oder? Doch, wenn ich da bin, ja. Huah! Alter, du wirst nicht. Da kackt man noch. Ding klatschig. Ding klatschig! Der ist raus. Was kann ich davon in einer Reihe stehen? Jetzt mal ganz ehrlich, gell? Also, wie gesagt. Oh, die shit. Und zwar, das haben wir geplant. Auf jeden Fall. Ich möchte auch gerne nochmal AD-Eco nochmal ausprobieren. Mach das so. Aber mal auf einer Solo-Lane. Ich glaube, auf Bot-Lane lohnt sich das nicht. Am besten ist Top-Lane. Ich glaube, das probiere ich dann später nochmal aus. Ich muss nochmal Full-AP-Nunu ausprobieren. Dann kann man auch schaden. Kannst du ja im gleichen Game machen. Was, Full-AP-Nunu? Ich kann Nunu nicht. Ich auch nicht. Ja, und? Dann ist der gerade worth. Friss meine Qs. Die ich dich treffe. Dieser Schaden. Komm, ich battle den jetzt. Ich battle den. Du dir einen Job. Ich habe ihn gebattelt. Für wie viele Sekunden hast du so low? Aber weißt du was? Wir gehen jetzt da gleich rein. Ich habe gleich gesagt, nicht jetzt. Ich habe den Ass hier. Easy. Ich bin braun. Alter, was? 2.366 Damage in 0,56 Sekunden. Alter, holy shit. GG. Ja, sie kriegt einen Report von mir, aber es ist nebensächlich. Bei mir jetzt haben wir gerade mehr Schaden gemacht als Swash. Oh Gott. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich könnte auch am Bearwinder fliegen. Nein. Nein.